Und damit hallo YouTube und herzlich willkommen zu Season 2 bei Hunt Showdown. Ja, wir sind wieder am Start, besser gesagt wieder zurück nach einer sehr sehr langen Pause. Und bietet sich gerade an, wie gesagt, jede Menge neuer Inhalt. Und was man hoffentlich im Hintergrund hört, sehr sehr geiler neuer Soundtrack im Spiel. Ja, ich hab mich einfach dazu entschieden, wir machen direkt mit Season 2 weiter. Denn wie gesagt, Season 1 waren bloß eine Handvoll Folgen und zeitlich bedingt bin ich nicht weiter großartig dazu gekommen, da weitere Folgen zu machen. Und es ist einfach zu viel Zeit vergangen. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Wir sind komplett raus. Also beispielsweise ich halt, wir werden ganz normal erstmal wieder ein bisschen mit Training anfangen. Sprich, uns wieder ein bisschen einspielen, die ganzen grundlegenden Funktionen uns wieder anschaffen. Unser Aiming ein bisschen trainieren. Und ja, warum wir, weil ich das Ganze natürlich im Rüstenteil nicht alleine spielen werde. Ich hab mir meine Mods mal geschnappt, den lieben Sidney, also sprich den Dark Roy und den lieben Tenu. Werden wir dann immer so, wie wir Zeit finden, immer mal im Duo, also sprich im Duo-Squatch spielen oder im Triple, sprich im Dreier-Squatch. Werden wir immer mal gucken, wie wir es zeitlich schaffen. Da wir halt alle drei unterschiedliche Tagesabläufe haben, werden wir dann immer mal gucken, wie wir da Zeit finden zum Aufnehmen. Daher wird das hier ein Bonusprojekt. Die Folgen werden immer ein bisschen unregelmäßig kommen. Und was ich euch sagen kann, gerne unbedingt mal auf Twitch bei mir vorbeischauen, denn wir werden das auch ab und an mal im Stream gemeinsam spielen. Könnt ihr also dann eure Erfahrungen, eure Expertise dann live quasi ins Gameplay mit einbringen. Bin ich dann immer sehr dankbar über alle möglichen Tipps, die ihr uns zukommen lassen könnt. Und natürlich dann auch gerne in die Kommentare, alles was ihr so ein Wissen habt, was uns weiterbringen könnte, dürft ihr dann von Anfang an natürlich dann gerne in die Kommentare schreiben. Was wir mal groß mal drüber fliegen können, wir haben aktuell gerade nochmal ein Event laufen. Ist halt hier Tides of Corruption, ist im Prinzip ein Halloween-Event. Sieht man halt hier im Hintergrund auch schon mal so ein bisschen, alles ein bisschen auf Vogelscheuchen. Also sprich Pumpkinheads irgendwie so ein bisschen angelehnt. Werden wir mal gucken, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir hier groß irgendwie was auf Free-to-Play kriegen oder ob wir da wirklich komplett den Battle-Pass für brauchen. Werden wir einfach mal gucken, wie weit wir da kommen. Was ich mir auch schon mal so ein bisschen überlegt habe, ich weiß nicht, wie die anderen beiden Jungs das machen werden, aber ich für mich habe jetzt erstmal entschieden, dadurch, dass wir halt wieder komplett bei Null, also from the scratch quasi anfangen werden, werde ich die ersten Runden wahrscheinlich dann immer mal mit den kostenlosen spielen. Einfach, weil ich momentan nicht so immens viel Hunt-Dollar habe, wir müssen erstmal wieder ein bisschen an Cash rankommen und wie gesagt, dann tut es mir nicht so weh, wenn wir den verlieren sollten. Das ist halt einfach der Hintergrund. Ich habe zwar auch eine ganze Reihe an legendären Huntern, können wir mal gucken bei Warhammer's. Muss ich selber gerade kurz mal gucken. Oh, wo haben wir es? Also theoretisch brauchen wir ja bloß hier gucken, nur bei Rekordierung. Wie gesagt, da sind immer mal verschiedene drinne, die ich halt freigeschaltet habe. Aber, ja, das würde mir persönlich, glaube ich, nicht so viel bringen. Die haben zwar schon jede Menge Perks und entsprechen schon anfangs Equip, aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt eigentlich mit euch gemeinsam direkt von Anfang beginnen will, macht das, glaube ich, mehr Sinn, wenn ich dann halt einfach wirklich erstmal die kostenlose nehme. Alles weitere werden wir dann im Spiel gucken. Wie gesagt, wird sich ergeben, die Runden werde ich nicht speziell extra rauspicken, also sprich nur die besten Runden zeigen, wo wir mit geschwollener Brust rausmarschieren, sondern dass wir in Alltagsrunden, wie ihr es von mir kennt, transparent, was uns im Alltag so erwartet und wo wir dann unseren Fortschritt hoffentlich mit ein bisschen steigern können, das werde ich halt einfach aufnehmen. So, dann würde ich sagen, springen wir gleich in die erste Runde. Bis gleich, ne? Kleiner Karte und dann geht's gleich los. Bis gleich. Oh, und da sind wir in der ersten Runde. Du, Squad Action mit dem lieben Dark Roy. Dann gucken wir mal. Ich habe bewusst das Tutorial nochmal gespielt, über die Grundlagen nochmal einzuprägen. Auch wenn man es schon mal gespielt hat, aber es ist halt ewig her. Ja, da hat man neuerdings anscheinend einen sehr guten Handler schon bekommen für den Start. Ich hoffe mal nicht, dass ich den die erste Runde hier gleich verbrenne. Das könnte tatsächlich sogar schon ein Boss sein, weil hier die Tür zu sind. Das ist sogar schon ein Boss. Das wird mich aber wundern, wenn hier jetzt schon direkt der Boss wäre. Da ist ja keiner keine 100 Meter entlaufen. Ja, ich hatte das vor ein oder zwei Runden tatsächlich schon. Dass ich direkt beim Start schon ein Boss hatte. Aber demnach war die Runde auch sehr schnell zu Ende. Der ist noch ein Invoice. Wie kommen wir da jetzt nicht rein? Ach so, ist von innen zu. Ja, toll. Also. Das ist ein Ende, ne? Das ist aber auch ein Runde. Vorsicht, Hund hinter dir. Natürlich durch den, durch das scheiß Unwetter hört man schlecht jetzt wieder was, ne? Was ist das? Was habe ich nicht mehr gemacht? Ich gucke das mit Spottmais. Irgendwas fürs Event, glaube ich. Oh, Rottmaul. Das ist ja Zusatzboss. Mit Krokodil müsste das sein. Ich kenn's nicht. Das ist ein Zusatzboss. Ich weiß jetzt bloß nicht genau, mich erinnern zu können, wie man den findet. Aber warte mal, kommen wir nochmal zurück. Man muss, glaube ich, in die Richtung laufen, wo dieser... Ja, da lauf ich ja gerade hin. Ach so. Da lauf ich gerade hin. Da lauf ich gerade hin in die Richtung. Hier ist schon, wo dieser komische Strahl zeigt. Ich glaube, dann ist das wirklich da, ganz hinten irgendwo. Aber ich seh hier nichts mehr los. Na, hier hinten glitzert auf jeden Fall was Blaues. Könnte der nächste Hinweis sein. Da wird mir irgendein Hinweis oder sowas angezeigt. Nee, nicht. Nee? Aber wahrscheinlich, weil ich das aktiviert habe, ne? Kann das sein? Ja, ich hab das andere, aber ich hab auch beide aktiviert. Ist noch so ein komischer Event-Typ hier. Für die Richtung da. Ja, doch, da schon, ja. Meine Markierung war bei dir eben botten lassen. Ah, okay. Das auch nochmal, glaube ich. Ja. Bisschen Geld. Ich muss gestehen, irgendwie finde ich den Schlagring aktuell sogar ein bisschen hilfreicher als das Messer. Weil der macht auch gut Schaden und du musst halt nicht aufpassen wegen den Emulator, ne? Das ist genau die richtige Waffe gleich. Da werden schon ein... Ah, jetzt wird das Kokodil auch angezeigt, ne? Ich habe ein wenig Angst vor Wasser, Teufel. Was sagst du mir jetzt? Ja, ich habe aber keine gesehen. Das ist gut. Und da musst du, glaube ich, der Bus schon rennen, ne? Kommt doch an, welche? Das wird der Mörder sein. Kokodil wird wohl kaum in einem Gebäude hocken. Oh, Schritte hier oben. Ich glaube, hier oben waren Schritte. Ne, da ist, glaube ich, auch Zusatzbos. Wird da angezeigt. Meine hier eben Schritte gehört zu haben. Können auch meine sein. Ne, ne, weiter oben. Der Hinweis ist aber auch still. Hm. Also keine Gegend. Riesen Sturm hört man aber auch schlecht was, ne? Oh. Doch, doch, warte mal. Doch, hier ist irgendwas in der Nähe. Und hier ist auch der, äh, Dingens ab, der Kopf. Den hat der, ach ne, den hatte ich nicht immer. Oh, was bedeutet denn das, wenn ich in der Schattensicht das Krokodil rot sehe? Dass da Gegner in der Nähe sind. Pitch! Das heft jetzt ja durch nichts. Pitch! Ich sehe gerade auch keinen Sind immer noch da am Flussufer Irgendeiner hat auf mich geschossen aber nicht getroffen Ich höre die Schüsse aber ich sehe nicht woher Die sind beide da hinten Ja Hit Ich bin aber am Blumen Direkt kopflos Ich habe immer noch Ich habe immer noch Ich bin aber immer noch da in dem Boot Kann man das nicht aufmachen Damit bin ich Hit Hitch Andere ist da am Boot, aufpassen Hit Hit Oh, ein Shootout hier, ey Hit Hit Oh, bei mir ist, bei mir ist einer Hier ist einer Pass auf, der versucht hier rumzukommen Fuck Ey, gib mir auch die ganze Zeit Kopfwissen Die ganze Zeit Shit Ja, schade Dann hast du einen Nachter bei einer Einschusswaffe, ne? Wenn du dich beim ersten Mal direkt richtig triffst Aber so läuft's Aber wie lange wir das Shootout hatten Das war nicht ja normal, ey Ne, absolut nicht, also für das Game Übelst das Shootout gewesen Aber, ironischerweise, wir haben die aber auch nicht totgekriegt, ne? Frage ich mich, wie die sich die ganze Zeit so lange heilen konnten Die haben ja durchgehend Hits abgekriegt, ey Aber so läuft's manchmal auch, ne? Da würd ich sagen, was das für die erste Runde Leider, leider War ne kurze Runde, aber war ja interessant, ne? Aber man sieht ganz gut, wie, wie, was das für einen krassen Unterschied macht, wenn man einen Hunter hat mit dunkler Ausrüstung, ne? Ja Den Typen hinten am Boot hab ich teilweise gar nicht gesehen, weil der die gleiche Farbe hatte wie die Erde irgendwie, ne? Mhm Den hat man nur gesehen, weil er sich nachher bewegt hat Was? Nächster Jäger Schnell die Auswertung nochmal durch Aber war ne interessante Runde Einzige, was mich ein bisschen ärgert, dass wir das Krokodil nicht für sich gekriegt haben, weil das ist selten Das hat man halt nicht jede Runde Ja So, neue Waffe freigeschaltet, sehr schön So, einen Jäger getötet Naja, war okay Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass wir den Den Hunter gleich verloren haben, der jetzt so viele Perks hatte Aber war ne gute Trainingsrunde Die erste Runde war das jetzt gar nicht mal so schlecht Irgendwann noch ne zweite hinten ran Ja Mach mal direkt mal So, dann wollte ich erstmal sagen Ciao YouTube Das war unsere erste Trainingsrunde, ne? Kann nur besser werden Wir sehen uns in der nächsten Runde Das stimmt Ciao, ciao Ciao, ciao So, willkommen in der nächsten Runde bei Hunt Showdown Ja, heute mit dem Tenno Willkommen Hallo So, guck mal mal Ich muss gestehen, ich habe jetzt testweise immer mal den Schlagring mitgenommen Den finde ich ziemlich nice, muss ich gestehen Der ist auch sehr nice Also muss ich sagen, ist eigentlich meine Lieblings-Nahkampf-Waffe auch Ich hatte immer das Problem, ich war heute ein absoluter Noob und hab die Emulator mal versucht mit dem Messer abzustichen, ne? Ah, ok, ja Aber der Schlagring funktioniert allgemein im Nachkampf ganz gut Damit ich nicht laufen rum switchen muss, habe ich jetzt generell den immer mal mitgenommen Ja, siehst du, wenn man vom Teufel spricht Wenn man vom Teufel spricht, ja Hatte ich in der einen Testrunde mit Darker sogar zwei Kills mitgemacht mit dem Schlagring bei Jägen Hatte er ja früher auch mal den Fehler gemacht und hab dann mal versucht, wenn einer zu dicht an mir dran war, schnell auf den Revolver zu wechseln Aber das dauert halt auch zu lange Jetzt bin ich mal dazu übergegangen, direkt auf Darker-Nahkampf zu gehen Da ist doch kein Nennen her Äh, brauchst du einen Ding vom aktuellen Event? Also einen, äh, Pact? Den brauchen nicht unbedingt Wenn man in der Nähe haben würde ich den mitnehmen, aber brauchen Ok, ja, weil dann gehen wir da irgendwie ins Süden Ist ja in der Nähe von so einem Wagen irgendwie, glaub ich, ne? Genau, richtig, du siehst die auch, äh, im, wenn du die Karte aufmachst mit diesen Dreiecken Ah ja, ok Irgendwas dieser Supply-Wagen mit den Dreiecken da Da war ich mit, mit Sidney die eine Runde bloß durch Zufall mal drüber gestolpert und haben uns halt gewundert, äh, was das Neues ist Ja, genau, das ist das Graben mit dem Event Ja, genau, das ist das Graben mit dem Event Ja, genau, das ist das Graben mit dem Event Ok, ich glaub ich hab vor uns ein Pferd gehört Ah ne, das ist das Wetter Wie in der Richtung Großes Geflügel Hast du gerade Dunkelsicht gemacht? Ja, ja, hab ich Ok Ich bin gleich nervös, wenn ich irgendwie Geräusche höre, die man direkt zu Jägern zuordnen kann Ja, das war was aus dem Osten Hast du ne Schrotflinte dabei? Äh, ja Tatsächlich Willst du hier die Spezialmunition mitnehmen im Rehbefall Die Penny-Cut immer Ja Und hier gibt's noch ein kostenloses Item Auch mit Verbrauchsgut Ich denke, wir können hier mal rüber gehen, da haben wir gerade ein paar Füsse gehört Ja, Explosion Das ist immer das Coole, dass ihr beide euch da immer sehr unterscheidet Mit Darkrai bin ich immer sehr defensiv Also sprich, wir gehen nach Möglichkeiten immer so ein bisschen gefährlichen Kämpfen aus dem Weg Du bist immer so derjenige, der sucht den Kampf, das ist immer cool Das ergänzt dich immer ganz gut Ja, das heißt nicht, dass ich gut im Kämpfen bin, aber Damit man besser wird, hilft es nichts Oh, da ist ein Zombie Nein, das ist ein Zombie Aber ja, ich hab auch gerade drauf gezielt und mir gedacht, uh Okay Okay, aber hier scheint jetzt kein Spieler in der Nähe zu sein Der Clou ist glücklich Von wegen, du siehst ja an dem Clou, dass er aktuell glücklich ist, das heißt hier ist keiner Ja Ja Und das heißt, wir können jetzt mal zu den Geflügelchen gehen Sollt ihr die Waffe auch nachladen Ja, genau, richtig, weil du hast ja jetzt Pennyshot aufgehoben Ähm, damit hast du weniger, äh Also hast du quasi keine Möglichkeit durch Wände zu schießen Aber im Nahkampf ist die Waffe besser, was bei End of Bloodflinte Nun musst du dich schießen mal Da ist ein Hund Vielleicht nochmal ein paar Event-Sachen mit So, machen wir nochmal Was haben wir hier? Wo ist oben? Oh, Full Metal, äh Full Metal Jacket Ammo wäre hier Das kannst du für deinen Rifle benutzen, denke ich Das sag ich nicht nein Na, Schüsse Südwesten, denke ich mal Ja Ich denke mal, dass das irgendwie aus Seven Sisters, also Äh, Südwesten Nach unten kam, aber Ich denke mal, wir nehmen das Geflügel Ist mal mit den Clou Manchmal wird man ganz schön überrascht, hier muss man wirklich aufpassen wie so ein Schlosshund Hm Hm Okay, der Clou da drüben sieht glücklich aus, also bin ich es auch Ich mag die Art von Armored nicht Hm Hm Wichtig ist bloß, dass man schnell genug hier verbindet Genau, ähm, aber hier war definitiv schon ein anderes Team Und hat den Clou mitgenommen Aber es ist aktuell nicht mehr in der Nähe, also, ja Genau, okay Genau, okay Es ist Im Gefängnis drin Mal praktisch, wenn wir gerade irgendwelche Events sind, so gegen Halloween rum, da kann man gut extra Sachen absendecken, ne Mhm Ich bin extra Cash, Punkte Erstaunlich, ich hatte die ersten Runden immer das Problem, obwohl ich alle, äh, Grafikeinstellungen auf Ultra gestellt hatte Dass ich der Meinung war, dass die, dass die Grafik irgendwie ein bisschen schwammig aussah Aber jetzt seit ich das Tutorial nochmal gespielt habe, hätte ich was umgestellt zu haben, ist echt kurios Okay, ja Naja, wir wissen jetzt zumindest, wo der Boss ist Okay, da oben ist noch ein Ja, da kämpft gerade jemand gegen den Boss So, der Emulator gegen mit mir Und mit mir Eins Ah So, und dann gehen wir hier einmal in den Sniper-Turm hoch Also denke ich mir, weil Okay, da ist ein Piat im Osten, glaube ich Und hier hättest du Hier hättest du eine Springfield Marksman Wenn du eine Waffe mit einer Oh, ich mein, ich hab eine abgesägte Springfield Besser ist Also sie macht mit mir Schaden noch länger da Reichweite Oh, hier kommt ein Zombie hoch Ein Doktor Oh Ah, da oben, fuck, der hat mich gesehen Da oben war einer Der hat mich, glaube ich, gesehen Ich bin mir ziemlich sicher Hier ist ein Team irgendwo im Osten Kann ich da die Lampe einfach mal abschießen Falls der da noch in der Tür steht Gute Frage Das Problem ist, wie gesagt Wir sind uns ziemlich sicher Also ich bin mir ziemlich sicher Dass hier noch ein Team Im Osten von uns war Die wir vorher schon mal gekämpft haben Und wenn wir jetzt schießen Dann sind wir das leichtere Ziel Ich weiß nicht, ob wir da nicht liegen Also Wir können uns auch überlegen Warte mal Ob wir Hier unten gerade Holzschritte gehört Ich meine nur hier unten Holzschritte Hier läuft irgendwo jemand Ja Ja Ja, unter uns Im Westen Als ob der jetzt irgendwo steht Denk's mal Hier obraen wir Wir werden auf der anderen Seite von dem Dogengefängnis Es wird das hier wirklich, ich meine gut, es ist gute Deckung, aber andererseits hat man leider wenig Möglichkeiten, irgendwo hinzuzielen Wie gesagt, ich würde mich jetzt gerne einmal bewegen Ich bin mich ziemlich sicher, dass der eine Typ uns schon gesehen hat Der eine Typ, der da oben bewartet hat Hörer Fritter Ah, bist du das? Knuffenholz Ah, okay, das war die andere Seite, glaube ich Das ist drinnen Ja Ja, hier ist jemand in der Nähe Irgendwie sind das Teil hier funktioniert genauso wie ein Kloon, kann auch gut sein Ach du Scheiße Ich habe aus Versehen meine Zweitwaffe abgeschmissen Der Klassiker Glaub einfach daran, dass du sie nicht brauchst Ja, schauen wir mal, sind die gelaufen Ja, der eine ist gelaufen Ich würde jetzt grundsätzlich mal versuchen, dem hinterher zu kommen Und hoffen, dass er Weil der ist jetzt schon in Richtung Extraction nach da unten Ah, fuck Bist du vor uns, glaube ich, ne? Oh, hinter mir, ich bin getroffen Okay Einmal Deckung, dann verarzt ich dich Ich wüsste von wo das kam Ich denke von direkt hinter uns Ja, ist mir klar, aber Der andere läuft von Richtung Extraction Und der hat jemanden, der hinter ihm war Ich würde jetzt grundsätzlich mal den verfolgen, denke ich Guck mal Direkt wieder eine Chaosrunde Ich schmeiß erst mal direkt meine Zweitwaffe ab Der Klassiker Da hinten Ich habe mir noch das Einlaufen sehen Ja Treffer Nice Sehr gut Aber glaube ich, du bist ein Hitty gewesen Ich glaube nicht, dass du tot bist Ist das okay, ist das okay, ist das okay Und wem ist Ich denke, das wird die Verfolgergruppe sein Okay Einer ist bei der Extraction gestorben Ja Die werden versuchen rauszukommen Hinter dem Karten Hinter dem Karten Ich block hier Extraction Ach shit Von wo? Auf der anderen Seite Auf der linken Hab ihn Sehr gut War das der einzige? Weißt du? Ich habe nur einen gesehen Ich denke Ich kann nicht garantieren, dass nur einer war Nein, nein, nein Da drüben noch einer Aber ich kann versuchen, dich aufzuhalten Der Typ war da hinten in die Richtung Okay, ist immer noch da hinten Wir können versuchen, Extraction zu kriegen Verbind nicht mal schnell Gut Komm mal her Ich bin 23 Sekunden, dann bin ich raus Sehr gut Einfach nur in die Richtung halten, denke ich Der ist da hinten irgendwo Ups, sorry Da hinten Hattest du eine Trophäe mitgenommen? Ja, ja Der Typ, den ich abgeschossen habe, hatte eine Cool, cool Ja Und den anderen zu looten hätte sich jetzt auch nicht gelohnt Weil der mit der Trophäe, das war der, der auf dich vorher, glaube ich, geschossen hat Der ist da geblieben und der andere ist gelaufen Ja Weil es der Nacht hat, dass ich bloß noch die Long-Range-Rifle hatte Wurde schnell ins Scope gehen Aber in dem Moment hat er mich abgeknallt Ja, trotzdem Jetzt hätte ich die Schrott sehr gut gebrauchen können Das stimmt, aber du hattest den einen Typen auf lange Range gekriegt Hm Ich denke, das hat sich doch auch bezahlt gemacht Nein, eine gute Rolle, kann man nicht sagen Wir haben Aber das sind halt so die Erfahrungswerte, was man bei dir halt direkt immer merkt Ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht die Ruhe gehabt, das abzuwarten Sondern ich hätte schon früh wahrscheinlich versucht, irgendwie reinzupuschen Da merkt man halt schon ein bisschen die Erfahrung Ich habe jetzt auch seit dem Event eigentlich wieder angefangen zu spielen Hauptsächlich jetzt mit einem Kumpel von mir Aber ja Ich bin jetzt erstmal happy Ich habe jetzt meine Challenges, glaube ich, soweit gut gemacht Also ich bin jetzt für die Woche quasi fertig Oh gut, die Level der Charakter, sehr schön Genau, von wegen, du kannst ja unter Progress Challenges Also ich habe es auf Englisch schon noch Hast du ja diese Dinge, die du kriegst Und dann kriegst du immer Event-Punkte Mhm Oder halt so Blood-Bones, also die Paid-Currency Sieht schon ganz gut aus So, dann würde ich schon mal sagen, was ist das mit die Runde? Die, wie gesagt, werde ich nochmal an die andere drangesetzt haben Äh, daher, vielen Dank fürs Zuschauen Tipps und Tricks gerne in die Kommentare Und, äh, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Hier bei Hand Showdown Bis dahin macht's gut und ciao, ciao 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 Ciao